up to the sky ja hallo liebe patienten und patientinnen hallo liebe kann er süre liebe kann er junte herzlich willkommen zu einer weiteren folge unserer sorten berichte ja diesmal steht die sorte skype also max strong drop von dem ikan im fokus es ist mein himmlisches vergnügen euch diese sorte vorzustellen ich glaube eine der stärksten hier im getesteten sorten schauen wir uns das mal wir haben es hier mit einer einzigartigen kombination von zwei sorten zu tun die für ihr süßes geschmacksprofil den sanften abgang und die erregende wirkung bekannt sind ich werde nun mit euch gemeinsam erkunden was diese sorte zu bieten hat ja nachdem greinen macht sich so ein herrlicher süßlicher geruch mit leicht erdigen einfluss breit also es ist wirklich sehr interessant aber kommen wir nun zur aromaprüfung es kommt auf jeden fall dieses erdige sofort raus und das vanille kommt jetzt hier nicht so raus aber es kommt würzig es kommt er dich würzig würde ich jetzt mal sagen aber sehr interessant lecker ja das aussehen ist wirklich der hammer wahnsinnig debats also die sind somit goldgelben trichogen übersät also die optik begeistert dann schon mal sehr und ja umso mehr sind wir also nur gespannt ja auf den drücktest dann sind wir beim drücktest etwas leise und ihr seht auch hier noch mal die richtig kleinen blüten ja und jetzt leise eigentlich müsste man das in zeitloops zeigen wieder trichome weggesprungen sind skypei hat ein thc gehalt von etwa 27 prozent was auf einer potente wirkung hinweist was ich absolut bestätigen kann die sorte wird in den apotheken übrigens als demikern mc strong drop skypei angeboten strong drop ist eine indica dominante hybridsorte und die meisten patienten wählen diese sorte um symptome zu lindern ja die mit chronischer depression müdigkeit und geringer libido einhergehen also ich bin wirklich von der wirkung begeistert die preise können natürlich ihr wisst je nach apotheke variieren aber in unserer apotheke beträgt der preis diesmal 12 euro ja skypei oder strong drop ist eine kreuzung aus wedding cake und gelato 33 und diese blüten werden nicht in kalifornien sondern in kanada angebaut so jetzt zeigen wo ich wieder mal die grafik über die aufstellung des terpenprofils wir haben mit 25 prozent ein anteil von limonen und zehn prozent linalol sind noch enthalten circa acht prozent kaofylen 7 prozent germacren und 50 prozent andere terpene ja und hier noch mal die zusammenfassung name der sorte skypei mc strong drop es handelt sich um ein indica dominanten hybrid mit einem thc gehalt von bis zu 27 prozent und ein cbd gehalt von bis zu 0,1 prozent aroma und geschmack sind eher vanille erdig bis würzig skypei oder auch strong drop ist eine äußerst potente und geschmackvolle sorte mit einem gewissen vanille aroma er sie erzeugt ein angenehmes gefühl der entspannung und des wohlbefindens ich würde diese sorte für patienten empfehlen die symptome wie chronischen depression müdigkeit oder geringe libido lindern möchten alles in allem bietet diese sorte ein ausgewogenes preis leistungsverhältnis und ist definitiv empfehlenswert wirklich mild beim ausatmen obwohl die sorte relativ stark ist jedenfalls eine feine sache ja und wir freuen uns auf euren feinen kommentare und sagen bis zum nächsten mal bleibt gesund wir sehen uns mal